Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IronSide auf meinem Kanal. Wir spielen heute die MP9 auf Mastery 4 und dazu habe ich mir jetzt schon rund ausgesucht. Es lädt noch. Ja, uns fehlen noch mit der MP9 30 Killed, das ist so ungefähr 30 Killed. In den nachfolgenden Videos kommt dann noch die P90 M1 dazu und das Ultimax, also die drei spielen wir noch. Und danach kommt das PKP, aber das muss ich noch hochspielen, sowie das taktische Schild bzw. das MG3, das ist nicht zu sehen. Auf jeden Fall spielen wir die MP9. Und wir haben jetzt eine Runde, ich habe jetzt auch schon eine Spielrunde gehabt, nicht so wie gestern. Nein, beim letzten Mal, als wir keine eine Spielrunde hatten und deswegen ließ nicht so gut, aber ich glaube, heute mit MP9 wird es besser laufen. Da haben wir auch noch relativ guter Runde, denke ich, zum Kild zu machen. Ich glaube nicht so viel, das sehen uns in der Runde. So, jetzt bin ich hier in der Runde. MP9 natürlich und diese war für Spiele. Es ist halt nur offensichtlich, es ist halt SMG, heißt wir müssen voll rein, aber jetzt, wo das Brot noch nicht da ist, können wir noch nicht so viel machen. Ich glaube nicht, das wird wohl, dass wir ein Festboot kommen, weil wir jetzt nicht so vieles verwendet haben. Wir können das nicht so viel dazu tun. Das ist halt so vieles mit dem da, dass wir es nicht mehr machen können. Da, 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 ja, es ist ein Festboot vorfahren, damit wir überhaupt drüber kommen und es das machen können. Die ganze Zeit. So weit die FPS clean. Extra hier dann. Das ist so gut, wenn ich nur bekomme es, weil ich es halt aufnehmen kann. ich 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 ja in der Bextraubin keine und die Kiezmann dann ist man nicht ein wirkliches Skill nur taktische Drohnen, also, die wir uns anzeigen was hat das denn so viel Müll ok, wir sehen uns in der nächsten Runde nicht schon, nicht besser ok, wir wissen in der Ruhe, wir wissen auch eine Nachricht scheint jetzt hat mein Ding wieder Klaus sehen jetzt jetzt ist die FPS auch über hallo nicht ein einzig davon gesehen ich hab nur die Eingel hallo ok dann lassen wir halt die erste Kunde drin und die zweite also die ist kein Highlight keine Ahnung hä, was ist mit dem los ach man die Kaie in zusammen mit der MP7 1 irgendein leer hat er irgendeine Drohne, irgendwas mit er mich sieht die 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 Wie kann ich das mal immer tun, dass du dich bekommst, dass du dich mit dem Laufstabler bist? ich 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 wenn wir uns nicht in den Highlight kommen, das ist immer so gut, wie der das macht. Ich versuch' für euch den Gronen raus, schreit und pfff. Da schluss'n die 2. Danke. Danke. Ich hab' ich den bekommen. Wenn der es im Chief reicht, kann ich weiterkonsten. Das ist jetzt eigentlich auch. Ich gebe mal um. Das war. Ich baue den hier herstellen. Ja klar. ja es ist nicht und ich glaube ich konnte die von mir von wo der von da oben? Ich hab schon krass gedacht, dass da noch einer ist. Ich hab den gesehen, hab ich dachte, der sieht mich eben nicht aus. Ich komm vorbei, weil der hier freisch war, der ich den nicht bekomme. Habt ihr den jetzt oder habt ihr den nicht? Ich hab den nicht. Oh. Ich hab den nicht so gut. Ich hab den nicht so gut. Ich hab den nicht so gut. ja ich bin und Hattet ihr wollen? Ui Ui Ui, war jetzt nicht gut Stark Ich hab doch was gespielt Na den warte ich auf die nächste Runde Ich will den Lars hier aufstellen Dann könnte ich nämlich der Hund Wenn was macht Nix dringend zu lösen Oder irgendwas Wurste gar erst 3 Sekunden Sonst stelle ich ihn hier ein Zack Das ist wie so ein Drohnenabfang geschützt Halt auf mich um abzuschieben Halt auf mich Ach der ist dahin Ich dachte wir wären im Pool Der war viel besser aus als wir Nix mal Kann er als Hauptsache Wenn ich jetzt richtig gesehen habe Ja Dann scheint er sich nicht richtig Wo das war zu stehen Und scheinen da ist nicht richtig Ja, alles geschafft, mach doch nicht. Das ist doch so ein Teil, der ist so rumgerutscht. Nee, das ist einfach fast drüber. Ey, nein, 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 nein. Wow. Wow. Das ist doch ein Teil, der ihm hat. und die Wir haben so viel gesetzt, so hotf... Irgendwie hat der Kacko schon 50 Kids... Bitte... Sattig... ... ... ... ... ... Nein, ich hab noch den. Das kann auch funktionieren. noch spüren noch spüren wenn ich das jetzt hole haben sie gewonnen jetzt können wir das wieder ich bin schon zweit wo ich habe gecaptured wir müssen jetzt mal was machen bitte leil wo hab ich so lust zu bleiben wollen krass im der 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 Oh, sch... Stammt. Du hast mir einen Spydrone mit. Ich kann ihn. 3 in der Treppe dann nämlich geht es um die ersten und Da wird jetzt noch vier Kriegs vor. Da wird jetzt noch vier Kriegs vorliegen. Zwei und sieben, wie kommen wir noch? Zwei und sieben. Ok, immer zu so. Ticket 2er. Ok, das war real. Man sieht da nur die Type, die Type. Kann ich vergessen. Aber, ja. Wie gesagt, es waren keine zwei starke Runden. 28 Kilo runter. Na ja, die ging so. Da ist noch 21 geworden. Ja. Wer mal aber unser Ziel geschafft, nämlich die MP9 auf Masry 320 Kils. Haben wir geschafft. Und jetzt fehlt nur noch die PP. Die werden nächstes Video machen. Und die, das war's. Die restlichen, auch wenn hier nur 10 oder 3 steht, die sind trotzdem schon. Es fehlt nur noch die PP. Ja. Dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Wir sehen uns bei der PP901. Und, ciao. Ciao.